Hallo, mein Name ist Massa Karlath. Heute zeige ich euch die lange Ausblaspistole 9040 LG-3-2. Anwendung findet das Werkzeug in den Bereichen von LKW und Bus, Landmaschine sowie Baumaschinen. Der Standortluftanschluss bei HZ ist wie gewohnt natürlich immer dabei. Eine 90 Grad Düse ermöglicht ein Ausblasen an engen Bauteilen oder Kühlern. Durch die Venturi-Düse erhöhen wir den Luftstrom und haben ein ordentliches Volumen am Bauteil. Durch das Gewinde in der Lanze ist ein schneller Düsenwechsel möglich. Ihr arbeitet in der Grube oder auf der Leiter? Schwerzugendliche Bauteile sind durch die 1 Meter lange Lanze kein Problem. Durch den ergonomischen Handgriff und die gummierte Grifffläche habt ihr die Ausblaspistole immer fest im Griff. Die extra lange Ausblaspistole von HZ. Rechts die Ausblasen von HZ. Die Grauze Ausblasen Für die Kontrolle